Ich habe euch heute Morgen ein Rätsel mitgebracht und hier mitzumachen lohnt sich. Es gibt einen Preis. Es ist aber schwierig, das sage ich gleich. Ich bin gespannt, wer das Rätsel errät. Was ist das? Nein, das ist noch nicht. Es ist zu einfach. Es gibt zwei Lösungen hier. Es ist zu einfach. Es ist eine quadratische Gleichung, aber es ist nur ein Teil davon. Quadratische Gleichung plus das hier. Was sehen wir? Quadratische Gleichung. Was könnte es sein? Künstliche Intelligenz. Ja, das ist gut. Aber es ist ja nur ein Teil der Lösung. Was ist das? Ja, es ist kein Kreuzfahrtschiff. Das sehen wir. Flugzeug. Was ist das Ergebnis? Wer weiß das? Also ich werde auf jeden Fall einen Abnehmer finden. Wer hat eine Idee? Ja, das ist ein Teil davon. Also, schade. Hilft es was, wenn ich euch sage, heute Morgen geht es um Namen? Nee. Also, okay. Zeit ist abgelaufen. Die Lösung ist, die Lösung ist, er hier ist die Lösung. Wer ist er denn? Quadratische Gleichung plus künstliche Intelligenz plus, das ist ein Kampfflugzeug, das heißt A12. Das ist sein Name. Der kleine Bub, den ihr hier seht, der heißt XS A12. Und damit wir noch wissen, ein bisschen den Hintergrund. Genau. Das ist sein Sohn. Heute geht es um Namen. XS A12 heißt der Bursche. Warum? Ich sage es euch nochmal kurz. X ist die große Unbekannte in mathematischen Gleichungen. Es steht für künstliche Intelligenz in Elfensprache. Anscheinend. Und A12, das ist dieses Kampfflugzeug, das war einfach hier A12. Das hat hier dann quasi den Hintergrund gegeben. Bist du zufrieden mit deinem Namen? Jetzt vielleicht schon. Aber es gibt noch andere Namen. Ich sage mal, kann es auch vor sein, dass es nicht Borgwart heißt oder Klotwig oder Schokominza. Das gibt es tatsächlich. Die Namen, die haben ja immer so ein bisschen eine Bedeutung. Und ich möchte euch heute ein paar Bedeutungen von Namen näher bringen. Zum einen logischerweise Markus. Wunderbarer Name, kommt ja häufig vor in der Gemeinde. Der Name Markus hat einen römischen Ursprung und bedeutet, der dem Kriegsgott Massgeweihte. Der dem Kriegsgott Massgeweihte. Das bedeutet Markus. Es gibt noch andere Namen, zum Beispiel Samuel. Er hat einen hebräischen Ursprung. Was bedeutet Samuel? Samuel, weißt du es? Gott hat erhört. Ist ungefähr das Gleiche, aber Gott hat erhört ist noch mehr. Das Geschenk, das Erbetene wurde erfüllt. Dann gibt es noch andere Namen, auch hier im Raum. Helmut. Wo kommt der Name her, Helmut? Es ist ein altdeutscher Name. Und was bedeutet der, wenn es altdeutsch ist? Helmut. Mit Helm hat es nichts zu tun, aber mit Mut. Helmut ist der Mutige. Kommt ursprünglich von Hildemut. Ich glaube, da ist Helmut besser. Bleiben wir bei altdeutsch. Adelheit. Adelheit. Altdeutscher Name. Was bedeutet Adelheit? Die Edle. Adel steht da drin. Genau, die Vornehme, die Edle. Die Adelheit. Ein hebräischer weiblicher Name, war mir gar nicht so bewusst. Simone. Simone hat den gleichen Ursprung wie Samuel. Auch hier ist der Ursprung, Gott hat erhört. Man könnte auch Chantal heißen. Chantal heißt der Felsblock. Also ihr seht, Namen und deren ursprüngliche Bedeutung und das, wie sie gebraucht werden und die Gesichter, die wir dazu haben, passen nicht immer so hundertprozentig zusammen. Aber ich denke, das ist trotzdem interessant. Denn wir haben natürlich auch in dem Wort Gottes, das wir heute lesen wollen, wo wir reinschauen wollen, geht es nämlich ganz, ganz viel um Namen. Und da geht es jetzt natürlich heute speziell um einen Namen, aber bevor wir den anschauen, ihr wisst, wie sich Gott vorstellt. Wie stellt sich Gott Mose vor? Ja, ich bin, der ich bin, ist nur die Hälfte und ich werde sein, der ich sein werde. Da steckt auch, sagen wir mal, das Thema Zeit drin, umfassend. Also Gott stellt sich vor als der Selbstexistente. Ihr wisst, die Juden, die waren immer sehr, sehr vorsichtig beim Aussprechen von dem Gottesnamen. Die haben es vermieden, wo es nur geht und haben es umschrieben, weil der Name so einen Stellenwert im Judentum hat. Und jetzt kommt natürlich der wichtigste Name heute, Jesus. In Aramäisch, Yeshua. Was bedeutet das? Jeschua heißt, Gott rettet. Gott rettet. Und mit dem Zusatz Jesus Christus heißt er, Gott rettet der Gesalbte. Ich möchte euch ein Vers oder mehrere Verse aus Philippa 2 vorlesen. Er erniedrigt, ihr braucht nicht nachschlagen. Wenn ihr wollt, dürft ihr es natürlich aber auch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Namensbedeutung hat hier natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Jesus Christus, Gott rettet. Mit dem Zusatz Christus, der Gesalbte. Für was wird man gesalbt? Man wird dafür gesalbt, dass man König wird. Wir denken an den König David. Das heißt, hier haben wir ihn vor uns. Den schönsten und den höchsten und den wertvollsten Namen aller Namen. Jesus Christus, Jeschua. Johannes 1 lesen wir, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Genau. Denen, die an seinen Namen glauben. Total einfach, gell? Da denken wir es ja vor. So etwas Simples, das ist ja fast schon zu einfach. Aber genau das ist es ja. Es ist ein Geschenk und wir können nichts dazu beitragen. Der Name Jesus ist unsere Rettung. Die Person, die mit dem Namen verknüpft ist, ist unsere Rettung. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Stein des Anstoßes. Ich lese euch aus 1. Korinther 1, Abvers 21 vor. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottesweisheit. Wir sehen hier Jesus, der Name, Jesus Christus, die Person, das Angebot auf der einen Seite. Ergreif ihn, glaub an ihn, glaub, dass er dein Retter ist. Aber für viele ist es, ich kann es nicht verstehen, lehnen das ab, wollen damit nichts zu tun haben. An Jesus scheiden sich die Geister, wenn man so schön sagt. Oder besser, da scheiden sich die Meinungen der Menschen. Und Jesus wusste das schon. Jesus hat uns darauf vorbereitet und hat in der Bibel, in Matthäus 5, im Rahmen der Bergpredigt, hat er gesagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Ich muss jetzt an gerade die chinesischen Geschwister denken. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ich habe euch heute auch noch einen mitgebracht, einen Bruder, der hier. Das ist der Yalil Mashali. Der Yalil Mashali, der kommt aus dem Iran und lebt jetzt aber schon über 20 Jahre in Deutschland. Und der Yalil Mashali, ihr seht, wie er da steht an seinem linken Bein, das ist nicht ganz in Ordnung und zwar ist es amputiert. Das sehen wir hier unten. Der hat hier große Probleme mit seinem Bein gehabt, es wurde amputiert, x-mal operiert worden, hatte chronische Schmerzen und sein Leben war für ihn nicht mehr lebenswert. Und er wollte, er war schon so weit, dass er gesagt hat, ich beende das Ganze hier. Ich halte es nicht mehr aus. Er ist einer Christin begegnet, hier in Deutschland, in Essen und die Christin hat für ihn gebetet. Er hat gefragt, kann ich für dich beten? Ja, gerne, hoffnungslos. Ich ergreife jeden Strohhalm, der sich mir bietet. Sie hat für ihn gebetet und das Wunder ist geschehen, er hat keine Schmerzen mehr. Was macht er? Yalil? Er bekehrt sich zum Herrn Jesus. Er sagt, hey, hier ist ein Wunder passiert, was ganz Besonderes, er bekehrt sich zu Jesus. So, was ist er von Beruf? Ist er einfach, er ist Taxifahrer. Und was hat er gemacht? Weil das einfach für ihn so ein eindrückliches Erlebnis war und das ihn so verändert hat. Ihr könnt es jetzt kaum sehen. Deshalb habe ich es ein bisschen vergrößert. Schaut mal an der Scheibe. Zack. Ja, hat er sich in den Spruch hingeklebt. Wie groß ist er? Zwei Zentimeter hoch. So lang vielleicht. Da sehen wir es. Nicht mal das halbe Auto. Was glaubt ihr, was passiert? Der kriegt ganz schön Gegenwind, der Yalil. Der ist natürlich in einem Berufsfeld unterwegs, wo er sehr präsent ist. Der hat viele Kollegen, die, nennen Sie mal, andere Schwerpunkte im Leben setzen. Und der kriegt richtig Probleme. Jetzt wurde er angezeigt und es droht ihm ein Bußgeld über 1.000 Euro. Warum? Weil politische und religiöse Werbung an Taxis unzulässig ist. Interessanterweise, sagt er, stört sich aber nur eine bestimmte Personengruppe daran und das sind in erster Linie Kollegen von ihm, die, ich sage mal, aus dem kulturellen Hintergrund kommen, wo er früher gelebt hat, für die das natürlich ein Riesenaffront ist. Ich habe es euch gesagt eingangs, er ist Iraner und hat jetzt da ein Riesenproblem. Nur ist es so, dass die Kollegen, die er hat, die kleben selber Aufkleber auf ihre Autos drauf. Da sind Länderflaggen drauf, da sind Symbole von anderen Religionen drauf. Aber er möchte hier ein Zeichen setzen. Er geht da nicht dagegen vor und er hofft jetzt, dass da eine Erkenntnis da stattfindet, auch bei den Behörden, dass er hier seine Meinung vertritt, aber deshalb nicht eine politische Werbung betreibt oder jemand, oder religiöse Werbung und jemand seinen Glauben aufzwingen möchte. Witzigerweise ist es auch so, Taxis haben in aller Regel seitlich oft große Werbeflächen. Was ist auf den Werbungen oft drauf? Da gibt es die tollsten Sachen, sei es Bars, Nachtlichtclubs, alles mögliche, das ist erlaubt, aber so ein kleiner Aufkleber hinten, schwierig. Alles ist irgendwie okay, außer Jesus. Zwei Sachen möchte ich euch aus dieser Geschichte mitgeben. Zum einen die Skeptiker. Für die, die sagen, ach, das mit dem Jesus, das ist doch alles nichts und das ist, dass sowas passiert, das ist doch nicht normal. Hier ist ein Mensch, der möchte anderen Leuten eine frohe Botschaft weitergeben, was Gutes. Der möchte Hoffnung machen. Der sagt, hey, mir ist was widerfahren, das ist unglaublich. Ich wünsche dir das für dich auch. Und das soll verboten sein? Das ist ja Wahnsinn. Und manche stören sich daran, dass jemand anderen was Gutes erzählt. Also, ich sage mal, für die Skeptiker, die dürfte, die würde ich einladen, wirklich einfach nochmal einen Blick in die Bibel zu werfen, denn genau das ist vorausgesagt, das steht in der Bibel genauso drin, die frohe Botschaft, die ist für viele ein Stein des Anstoßes und die wollen dagegen vorgehen. Obwohl es eigentlich ein Geschenk der Errettung sein soll. Und für andere, für die Christen, möchte ich das auch als Ermutigung und Ermahnung zugleich sehen. Schaut mal, wie einfach der Jalil hier seinen Glauben nach außen vertritt und wie groß es schon die Probleme sind, die er bekommt. Wie oft sind wir diejenigen, die dann uns verstecken, die Angst haben, die genau das nämlich auch nicht nach außen tragen, dass im Namen Jesu die Menschen errettet werden und dass wir wissen, dass Jesus der König aller Könige ist und dass wir mit ihm auf der richtigen Seite stehen. In Jesaja 43 spricht der Herr und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ganz gleich, wie ihr heißt, ob euch der Name gefällt oder nicht, gilt auch für den Sohn von Elon Musk, Gott kennt dich durch und durch, er kennt deinen Namen und er ruft dich. Und er ruft dich nicht so, wie, also ihr kennt das vielleicht auch noch, ging mir zumindest früher ganz oft so in der Schule, wenn mein Name aufgerufen wurde, sind wir oft so reingefahren, oh shit. So, heute machen wir wieder ein bisschen Kopfrechnen, 17 mal, 13, Markus, weiß ich jetzt nicht, schnell, schnell, schnell. So ist es nicht, so ruft dich Gott nicht. Er ruft dich auch nicht mit einem Spitznamen, den vielleicht der ein oder andere von uns bekommen hat oder einen Rufnamen. Mama, Mama, Papa. So auch nicht, wo man am liebsten das gar nicht hören möchte, sondern er ruft dich liebevoll. Er ruft dich sehnend, er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er ruft dich, Markus, komm zu mir, Samuel, Adelheit, Helmut, Chantal, wie ihr alle heißt, komm zu mir. Wie antwortest du? Amen.